Hallo und herzlich willkommen zurück zu MyTimeAtPorsche. Ich hoffe mal, diese Aufnahme funktioniert ein bisschen besser als die letzte Skyrim-Aufnahme, die chaotischer nicht hätte sein können. Gut, sagte er jetzt und wahrscheinlich wird es da auch nicht anders gelaufen sein in dem Moment. Und es wird schlimmer und schlimmer, indem man das denkt. Lange Rede, kurzer Unsinn. Wir machen eine kurze Aufnahme nur. 40 Minuten ungefähr, zwei Folgen. Plus minus ein bisschen wie immer. Da ich meine Stimme noch ein wenig schonen möchte. Das Kampfturnier, das ignoriere ich mal. Wie bei dem letzten Mal, da habe ich mich nicht angemeldet und lasse es mal außen vor. Ich gucke mal, dass es so hinhaut. Ich hoffe mal, mein Ton ist nicht asynchron da. Das ist immer so mein größtes Bedenken bis jetzt. Achso, ja. Genau. Wir haben Post. Von Dana. Die haben wir in der letzten Aufnahme am Ende hin noch gesehen. Genau. Neuer Bauplan. Hallo Handwerker. Ich habe einen Namen. Egal. Danke, dass du mich mit meiner Erzförderung unterstützt hast. Ich habe unglaubliche Unterstützung von der Gemeinde erhalten und kann jetzt loslegen. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich brauche einen Förderband in der Nähe der Mine, die das Erz an die Oberfläche transportiert, damit ich den Betrieb aufnehmen kann. Kannst du das für mich bauen und installieren? Ich habe dir die Bauplanung gut geschickt. Ja, schon gut. Ich habe das schon eine ganze Weile lang vorbereitet. Grüß Diana. Ja, kann ich natürlich gerne machen, weil dann bekommen wir hier auch Erzlieberungen. Das wäre großartigst. Wir schauen mal nach, was sie dafür haben möchte für das Förderband. Beziehungsweise, wir gucken erst mal. Also, ich habe off-camera ein, zwei Tage gespielt. War nicht so viel, um angefangen zu sortieren nochmal so ein bisschen. Aufgrund von krank und so habe ich nicht allzu viel geschafft. Wir sind Level 40. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Mal schon waren. Ich bin mir da nicht 100% sicher. Könnte durchaus gewesen sein. Bergbau-Unternehmen. Genau. Dann gehen wir nochmal tatsächlich nach einer Commission gucken. Wäre jetzt tatsächlich relevant und wichtig. Und dann basteln wir mal Danas Fördermann fertig. Und ich habe noch eine wichtige Info für euch. Das machen wir gleich. Weil dann schließen wir mal nach langer, langer Zeit eine Quest ab, die wir auch schon ein bisschen länger rumliegen haben. Wo ich mich einfach nur doof angestellt habe, so wie immer. Das hat hier ganz kurz geladen. Ich hoffe mal, das hat keine Auswirkungen. Äh, vier Aluplatten. Jo, kannst du kriegen. Lässt sich machen. Wenn ich nicht sogar noch welche da habe. Müssen wir mal schauen. Und zwar. Ich hoffe mal, ich kann euch das in einem guten Beispiel tatsächlich zeigen. Wir können, nachdem wir die Quest soweit erledigt haben. Wir hatten ja, um es mal so verständlich zu machen, um den Brunnen mal ein bisschen leiser zu schalten. Habe ich immer noch Bildbericht. Ich habe hier schon abgehakt, wie ihr seht. Und ich musste selber ein bisschen googeln, weil ich habe probiert und probiert auf Kamera. Und das wollt ihr irgendwie nicht so recht. Und dann durch doofen Zufall, weil die Videos waren, bin ich auch nicht schlau draus geworden, wie ich gesehen habe. Standardgemäß mit der Taste Z, ich habe es bei mir umbelegt, kann man die Kamera aufrufen. Sieht dann so aus. Dann kann ich mich auch noch positionieren, wenn ich das möchte. Und Kamera schwenken und so. Und wenn ich jetzt hier rumfliege und Bilder machen möchte, von Personen, Teilen und so, dann seht ihr jetzt hier schon, hier unten bei dem Brunnen erscheint so ein grüner Haken. Das heißt, wenn ich jetzt hier für ein Achievements und so weiter ein Bild mache mit der Leertaste, dann habe ich das erledigt, weil da war ein Haken dran. Da ist das Bild gelungen, sagen wir es mal so. Und genau so sieht es mit der Porsche Times aus oder halt mit der Druckerpresse. Im Quest-Vlog steht hier tatsächlich drin mit dem Drucker, da ist die Druckerpresse mit gemeint. Das heißt, wir geben jetzt erstmal bei May das Ganze ab, um diese Aufgabe mal erledigt zu haben. Ich könnte ja auch mal gucken, das werde ich wahrscheinlich bei mir auf Kamera machen. Wir haben ja das Fotoalbum und wir sehen hier, wir haben hier Selfies, Gruppenfotos, Sammlungen von Filmsequenzen und Landschaften. Wir könnten noch so viele Bilder machen, also ich in dem Fall. Das ist die Frage, von was alles. Das kann ich hier, was ist er für einer? Also Besucher, oder? Das ist jetzt niemand, den wir unbedingt... Der ist nicht wichtig. Ich jetzt so ein bisschen rumfliege und so ein bisschen Picture-Time mache. Hier ist die Porsche Times dann angehakt. Der Brotstand müsste... Also man muss meistens nur weit genug rauszoomen aus der ganzen Geschichte. Er macht fleißig, weil das bei mir auf selben Tassen ist, macht er hier, ich weiß, dass er noch Verbeugungen. Wie gesagt, ich könnte jetzt hier durch Forscher gleiten und sagen, Forscher im Hals. Hier weiter komme ich jetzt gerade nicht, aber das ist so in dem Rahmen hier ungefähr. Das ist natürlich auch sehr schön. Und kann dann Bilder machen. Jetzt hält natürlich auch die Zeit an, also von daher... Komisch, dass ich hier nicht gerne noch andere Sachen knipsen. Ich mache das wahrscheinlich mal auf Kamera, so ein paar Sachen vervollständigen. Einfach für meine Steam-Achievements. Oh, Scraps. Kann ich den Hund nochmal knipsen? Scraps, bleib mal hier. Warum hält die Zeit nicht an? Ich habe irgendwas Falsches gedacht. Außer. Okay. So. Der Hund sieht so schön bescheuert aus, ne? Ich mag den trotzdem. Aber der ist jetzt nicht so wirklich fotogen, sowieso. Aber einfach mal geht. Einfach mal, weil es geht. So. Dann gucken wir mal, dass wir May finden. Die sollte ja eigentlich bei der Forscher... Ah, ne, die werden alle bei dem Fotowettbewerb sein, ne? Hätte ich was gesagt. Bei dem... Die sind hier unten alle bei dem Kampfsport-Turnier. Fotowettbewerb, na? Ja. Wah. Da hat es auch wieder geleckt. Ah, manchmal. Keine Ahnung, was das aktuell ist. Ich vermute, es ist meine Grafikkarte. Das sind die Jahre... Diese Fotos sehen groß. Sehr schön. Schau mal mein Artikel, am Anfang der nächsten Woche. Na klar. Porsche ist sicher schnell zu entwickeln. Als ich erst hier kam, war es eine schlaufe kleine Stadt. Ja, war ein Nest. Ja, gut. Äh, geh mir mal. Das wird mir zu laut und anstrengend hier. Kann ich das eigentlich noch knipsen, wenn ich schon mal dabei bin? Ähm, nö. Auch nicht. Nö, das möchte ich nicht. Wahrscheinlich, weil es DLC-Content ist. Oder? Ist es DLC-Content? Ich weiß gar nicht. Ich vermute, dass sie da nochmal. Jedenfalls haben wir nach langer, langer Zeit jetzt diese Quest auch mal raus. Das ist so eine Sache, die stört mich tatsächlich in Spielen. Wenn ich einen Quest-Log habe. Und ich kriege den nicht sauber. Ich will die Aufgaben erledigt haben. Egal, was das für ein Spiel ist. Und ich kriege das nicht hin. Das nervt mich sowas. Das treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe hier mal ein paar Truhen schon vorbereitet. Die sind noch nicht final sortiert. Und hier fehlen noch einige, weil mir die Materialien ausgeblieben sind. Ähm, genau. Platten. Alu-Platten wollte er haben, ne? Habe ich welche? Ja, habe ich. Frage ist, wie viel er braucht. Äh, ja, sortieren please. Äh, das ist Parts in irgendeiner Form für mich. Ich muss hier unbedingt nochmal auf Kamera sortieren. Ähm, Quest-Log. Handelsauftrag. Vier Stück genau, ne? Da hat er gute Maß, aber ein Schwein, ne? Äh, Danas Bergbauunternehmen. Keine Zeit drauf. Festliches Plateau, keine Zeit drauf. Das ist in Ordnung. Das ist absolut in Ordnung. Maß sollte sich auch hier unten befinden. Dann geben wir gleich mal die Quest ab. Und dann geben wir da nochmal ein bisschen Belohnung. Dann passt das doch. Ich sehe noch eine weitere Quest. Mehr als eine. Sam hat noch was für uns. Oh, gesundes Essen wieder. Ich weiß, es ist gut für mich, aber ich... Ich will was anständiges essen. Was ist denn, Sam? Du siehst gestresst. Oh, hey! Du bist nur die Person, die ich schaue. Oh, renn weg! Siehst du? Ich glaube, ich bin von einer Mittagsfee gehauntet. Eine Mittagsfee? Was ist eine Mittagsfee? Sind wir jetzt bei Witcher, oder was? Warte, nicht mir das Schaue. Hör mich raus. Seit der letzten Woche hat jemand eine gesundheitliche Essen in meine Mittagsfee gehaustet. Ich weiß, dass ich besser zu essen sollte, aber jemand anderes hat die Initiative um zu ändern, was ich essen muss. Ich will wissen, wer es macht. Ich mache noch meine Runde. So, kannst du mir helfen? Das ist meine Detective. Ich bin wütend, zu wissen, wer es ist. Ein guter Ort zu beginnen wäre, zu fragen Arlo und Remington. Es könnte einer von ihnen sein. Für alles, was ich weiß. Wir sind Glück, dass es nicht so viele Monster neben dem Südblock gibt. Still, wir halten unsere Vigilanz. Zeitfenster drauf, wahrscheinlich, ne? Ja. Knapp drei Ingame-Tage. Achtung Erfahrung, zwanzig Ansehen. Naja. Ähm, ich wollte zu Mars, ne? Ähm. Oh, Ginger! Hallo, meine Ginger! Hey! Hallo! Ja, so könnte man das auch sagen. Tough. Schwer umgänglich, würde ich jetzt eher behaupten. Ähm. Haben wir noch was für Ginger dabei? Ähm. Kein Buch, ne? Willst du einen Teppich haben, Mädel? Nicht wirklich. Egal. Muss ich mal auf die Map gucken. Was magst du nicht? Da, wo er hingehört? Ähm. Kumpfspot-Kommier. Okay. Inventar. Irgendwas Neues im Inventarlot? Egal. Hä? Ich hab doch... Wartet mal. Dachsfil. Hier im Aluplatten. Mars. Hä? Da. Das ist unter der ganzen Menge hier. Hi, Mars. Hey! Dein Handelsauftrag. Immer gern. Äh, Remington, ich hab da mal ne Frage. Haha. Das ist ziemlich lustig. Hm. Vielleicht probierst du Dr. Schuh's Klinik. Dann neben dem Zivil-Korps-Bilding. Haha. I want to see a look on Sam's face. Ähm. Der ist ganz schön lauter, Remington. Alter. Was hat der gute, ähm, Arrow denn? You've probably already heard about my knee, right? Oh, nein! It's hard for me to patrol for long periods of time without a mount. Alter, das hat die jetzt nicht wirklich gemacht. Oh. Oh, nein. 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 Nicht ein Pfeil ins Knie. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, scheiße. Ähm. Äh. 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 What is this? Sneaking in a healthy lunch, hm? I have an idea of who it is. Phyllis bringt immer viel Essen für Essen, genug für zwei Leute. Ich dachte immer, sie war mit jemand anderem Essen, aber ich habe sie nie gesehen, dass sie so machen. Für uns. Oder verprügelt sie da gerade jemanden? Ne. Ähm. McDonalds ist nicht zufällig in der Gegend, oder? Doch, hier scheinen noch... Ach da. Hä? Moment. Quest über Quest hier. Guten Tag, Builder! Was bringt dich heute zu mir? Äh, ich war einst ein Held, auch so wie ihr, McDonalds, und jetzt habe ich einen Pfeil im Knie. Ah. Hm. 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 Dr. Hsu. Observant wie immer. Ich glaube, ich kann es immer noch nicht verstecken. Ja. Es ist mir. Ich... Ich will, Sam's Habit zu essen, zu essen, für Essen zu essen. Aber ich glaube nicht, dass sie mich immer hören wird. Das war eine Intervention. Sie Unheilbarkeit macht mich verrückt. Als Freund? Ich kann nicht nur bei mir stehen. Ich glaube, sie muss jetzt sehr erinnert werden. Lass sie wissen, dass es mich war. Und erzähl sie, dass ich sorry bin. Na klar. Ja. Das kriegen wir hin. Dann haben wir die Quest sogar erledigt gleich. Eine Runde rum. Hi, Sam. So, es war Phyllis, die Frau. Es macht jetzt alles Sinn. Na klar. Wir hatten letzte Woche eine Konversation darüber, um gesund zu essen. Aber ich habe sie ausgelöst. Ich sollte wussten, dass sie nicht die Möglichkeit ist. Ja. Ich glaube, ich werde morgen mit Phyllis folgen. Über ein bisschen Salad, sicher. Keine Ahnung. Danke für das Detektivarbeit. drüber reden. Also muss ich das selber machen. Dann erledigen wir das nochmal gut. Das ist doch mal ganz gut. Dann haben wir jetzt so ein paar kleine Bootengänge erledigt. So. Eigentlich. Achso. Genau. Hier geht es höher. Tja. Tja. Schweine. Ähm. Da müsste es doch sein. Spiel. Wir nehmen dich. Jetzt fängt das schon an wie Skyrim. Achso. Da muss ich jetzt los bei wegen der Sequenz alles klar. Braves Mädchen. Genau. Nicht Verton, schade. Naja. Oh. Armes Ding. Honig Pflanz und Faser. Das sollte eigentlich funktionieren. Jetzt müssen wir bestimmt nur noch Remnick im Bescheid sagen, oder? Ja, genau. Der ist wieder da unten. Ein paar Nebenaufgaben dafür, ist doch super. Mir fehlt tatsächlich so eine Art Gleiter oder sowas hier. Schon mal schön, keinen Fallschaden zu haben. Und dann müssen wir mal gucken, was Dana für ihr Förderband braucht. Honig für das Pferd. Aber echt, also Pfeile ins Knie, ey. Alter. Das geht überhaupt nicht. Och. Genau. Sollte es morgen besser sein, wenn wir nicht, müssen wir nochmal im Bett noch drehen. Really? Du hast mein Pfeil geklärt. Oh, danke dir so viel. Ich bin so glücklich, dass Arrow jetzt alles besser ist. Ich kann dir nie genug bedanken. Bitte, mach das. Ich hoffe, es ist kein Pfeil. Na, das passt doch. So. Ähm. Dann geht's ab nach Hause. Entschuldigung. Das war der Honig auf der, auf der Stimme. So. Ich sollte vielleicht wirklich immer noch einen kleinen Schluck trinken. Aber Porsche schlägt sich bis jetzt, das war die Flasche. Das ist das Bang, meine Flasche, klinisch. Äh, soweit ganz gut. Besser als Skyrim. Ich muss mal gucken, woran das liegt. Ich hab den Verdacht, dass meine Grafikkarte teilweise ein bisschen warm wird. Ist zwar noch so weit in Ordnung, aber... Ich denke mal, es wird Zeit. So Ende des Jahres mal für eine neue. Mal gucken. So. Dann. Ich werde wahrscheinlich nochmal Eisen kloppen müssen, oder so. Ähm. Schmieden und so weiter. Getriebe. Förderband. Äh. Aluminium-Legierungsgerüst. Okay. Dann fangen wir mal hier unten an mit den Getriebe. Dafür bräuchten wir... Verbesserte Motoren. Zwei Stück. Stahlhüllen. Fünf Stück. Hartes Alu hab ich da. Und zweimal einen Flaschenzug. Äh. Stahlhülle muss ich bauen. Motor muss ich, glaube ich, farmen. Weiß ich gar nicht. Und, ähm. Flaschenzug. Mh. Mh. Flaschenzug. Müssen wir zwei Stück herstellen. Na, guck mal. Flaschenzug war hier. Eisen. Habe ich nicht. Ja. Schöne Scheiße. Genau. Hier. Holz war noch in Arbeit. Hm. Das war für das andere Bauprojekt. Kann ich den verbesserten Motor herstellen? Glaube nicht, ne? Da können wir aber gleich mal nachgucken. Und zwar unter Handbuch und hier. Ich glaube, den mussten wir erfarmen in der Ruine. Mal gucken, was die anderen Dinger wollen. Machen wir mal einen Dungeon Run. Wenn das notwendig sein sollte. Wo ist er denn? Was für Zeug? Was für Zeug? Flaschenruinen. Gefahren von der Ruinen. Ohne Forschungszentrum. Ich kann das eintauschen. Na, dann tausche ich das doch ein. Ich habe noch ein paar Datenlists. Ähm. Wie sieht es denn mit dem Förderband aus? Stahlrahmen, Lager und Gemüse ist in Ordnung. Dann ist die Frage, was wir dafür brauchen.